Raleigh, eine Marke aus dem Hause Derby Cycle mit einem riesigen Produktsegment im E-Bike-Bereich. Und hier auf der Eurobike 2015 werden wieder die Highlights für 2016 präsentiert. Ich stehe hier vor dem Newgate, zeichnet sich aus durch den brandneuen Evo-Antrieb von Derby Cycle bzw. Raleigh. Eigentlich, man kennt den Impulsantrieb einer der meistverkauften und meistgenutzten Antriebe in der gesamten Fahrradbranche, in der Eigenentwicklung aus dem Hause Derby. Und es reichte jetzt nicht zu sagen, wir machen den Impuls 3.0, sondern es brauchte eine komplette Evolutionsstufe. Ab jetzt heißt dieser Motor von Derby Evo. Der ist leichter, der ist wartungsfreundlicher, der hat ein neues Bussystem, was damit dann auch ganz neue Skalierungen für die Zukunft, technische Skalierungen ermöglicht. Das ist wartungsfreundlicher, nicht nur für den Händler, sondern auch der Kunde hat eine Menge Vorteile. 20% Gewichtsersparnis. Im Moment werden Akku-Versionen angeboten mit 11 Ampere Stunden, 14,5 Ampere Stunden und 17 Ampere Stunden. Ganz toll ausgestattete Fahrräder. Das Newgate gibt es in verschiedenen Ausstattungen mit verschiedenen Antrieben. Ich stehe hier vor der Premium-Version natürlich und sehr klasse, ein Gates-Antrieb. Und damit habe ich wirklich ein Mittelmotorsystem. Auch das kann ich mit Freilauf oder Rücktritt bekommen. Und in Kombination dann noch mit dem Gates-Antrieb extrem wartungsfreundlich. Also im Klartext, ich habe keine ölverschmierte Kleidung mehr. Extrem wartungsfreundlich und dabei auch noch extrem leicht und sehr stabil, dieser Gates-Antrieb. Komplett geräuschlos. Es ist also ein sehr leichtes System. Ebenfalls neu ist hier der in den Rahmen integrierte Akku. Den kann ich hier oben über das Schloss aufschließen, zur Seite rausschwenken und entsprechend rausnehmen. Das Ganze sieht auf jeden Fall sehr gefälliger aus durch diese Integration. In verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich und in diesem Fall auch dann mit einem kompletten Scheibenbremssystem. Was mir richtig gut gefallen hat, war von Impuls. Gibt es eine Entwicklung, eine Impuls-App, sowohl verfügbar für iPhone als auch für Android-Systemen und auch Windows. Die habe ich mir gerade runtergeladen und in Kombination mit dem neuen Evo-Display habe ich damit wirklich die Möglichkeit, eine Route, natürlich selbstverständlich kostenlos, sehr einfach zu bedienen. Also ich war sehr erstaunt. Normalerweise hat man ja durchaus komplexe Systeme. Hier habe ich direkt auf dem iPhone die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mal gerne eine Route berechnen. Jetzt sehe ich hier ein Display, bei dem ich sagen kann, ich möchte gerne eine Rundroute haben. Ich kann dann sagen, wie groß der Radius sein soll, in diesem Fall 25 Kilometer. Drücke dann anschließend auf Berechnen. Dann werden die entsprechenden Routenvorschläge präsentiert. Hier rund um den Bodensee und in der Nähe des Bodensees macht es natürlich Spaß. Aber wenn ich gerne eine andere Route haben möchte, kann ich mir andere Routenoptionen entsprechend anschauen, die dann auch 25 Kilometer sind. Finde ich ganz klasse. Diese Daten, die jetzt hier drauf sind, übertrage ich dann einfach auf mein Evo-System und habe damit dann auch im Evo-System die entsprechende Navigation. Ich muss also in dem Moment nicht mehr aufs Handy, in dem Fall aufs Smartphone, zurückgucken. Finde ich eine klasse Entwicklung, die Kombination zwischen Smartphone und entsprechend den Displays und dem Fahrrad die Kommunikation. Newgate Premium von Raleigh, ein sehr heißer Tipp für 3.599 Euro bei Ihrem Fachhändler.